Ich glaube, ich will mir Supplies holen, weil ich brauche das für meinen neuen Waffen. Um meine Waffen abzugraden. Und wie lange dauert das zum Glück hier nicht? Meine Followern brauchen Unterstützung, außer was ich geben kann. Kannst du uns helfen, Commander? Okay, Launch mischen. Moment, kann ich aber noch? Ich habe mich überhaupt mit. Wer hat jetzt die Magnetik-Rifle? Ich würde den Ungarn mitnehmen. Ich habe nämlich hier noch jemanden, den ich lieber mitnehmen würde. Den habe ich noch nicht. Ich will aber was gucken, kann ich noch? Das, was wir gesehen haben, zeigt, dass die Chosen, die nicht zu stoppen werden, Commander. Unsere einzige Option ist, sie zu finden, erst zu finden. Um das zu tun, müssen wir mit der Resistance auf einer kofferte Aktion in der Reise arbeiten. Gib die Worte und ich werde starten, Commander. Für die verbesserte Resistance-Operation, Launch-Mission. Mein Templar ist immer noch verwundet, ne? 37 Stunden. Shit. Muss ich den halt mitnehmen. Ego-Tilt-Tier hat uns available. Jetzt wird es halt hart. Jetzt kann der Assassin auftauchen. Ohne... Dass, ähm... Dass ich was dagegen tun kann. Also, dass ich einen guten Gegner dagegen habe. Doppel-Sniper ist halt eigentlich auch Quatsch. Doppel-Sniper ist leider, leider auch Quatsch. Wir haben nur einmal von den Specialists hier mitten, die wir hier bekommen haben. So. Dann haben wir nämlich auch die besseren Waffen. Weapon-Upgrade würde ich nicht machen, aber bei dir würde ich vielleicht einen Weapon-Upgrade machen. Ich könnte hier dann ein größeres Magazin machen. Machen wir lieber lieber bei dir das vergrößerte Magazin. Hier mit plus drei. Du dann schön dick reinknallen kannst. Und du nicht so viel nachladen musst. Und bei dir können wir von mir das kleine Magazin reinmachen, da hast du einen Schuss mehr. So. Ähm... Und du kriegst... Ups. Er getötet hat eine Wailable. Du kriegst noch das zweite Mad-Kit mit. Ich habe hier nur eine Flash-Granade dabei. Wie viel HP hat er? Sieben. Ich nehme die Flash-Bang lieber mit. Ich nehme lieber die Flash-Bang mit, denke ich. Das sollte besser funktionieren. Skyranger, die In-Position für Deployment. Hebe seit der Mission, sagst du mir auch keine Schwierigkeit an, ne? Hier sagt mir nicht, wie hart das Match ist. Das Match ist. Sehr gut. Vigilo-Con-Filo. Ich glaube, geboren und zu beschützen ist irgend so ein Quatsch. Wer ist das? Wir haben eine Request von der Resistance, um Hilfe eines wichtigsten VIPs, die auf eine Scouting-Expedition in das Territory-Thick mit der Lost. Oh, sie haben sich selbst verabschiedet. Was wir hier hören, haben sie kaum aufgehauen. Wir können in die Tempten-Expiration gehen. Nur nicht durch die Lost. Huch! Ruckel, 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 was ist denn jetzt los? Der hat sich irgendwie verschluckt gehabt, gerade kurz. Komisch. Die Resistance-Expedition ist nicht weit von deiner Position. Und die VIP-Filo benutzt einen remote Turret, um die Lost zu halten. We only have one clear access point to the area. So get to the target's location and escort them back to the entry point for extraction. Einmal hin und wieder zurück. Don't bother trying to outgun them. After you secure the expedition, you'll have to return to our original entry point for extraction. Don't get overrun. Keep the path back to firebrand clear. Ach, da drüben ist ja auch schon wieder so ein Viech. Das sind auch ein Viech, ja auch. Ehe. Das Ding hat aber 5 HP. Der ist irgendwie ekelhafter. Der hat 2 und 4. 95 Prozent, kommt schon. 3 Damage sind nicht so viel. Oh, daneben geschaut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das hast du sehr gut erkannt. Bei der macht aber 7 Damage. Das hat ziemlich nass. Das war nur 5. Schade. Oh je. Wie viele sind denn da? Eieieieiei. Das wird übel jetzt. Das wird richtig hart. Und der hat eine Special Weapon übrigens. Nee, das ist ja euch wundert. Ihr könnt einfach hochgehen, ne? Und da hat man nämlich auch die beste Position zum Schießen. Gehen wir doch alle mal da hoch. So. Kannst du wieder nichts hinverschießen? Moment mal. Du bist hier sogar doch deutlich besser. Mit Pistolenkopf. Hä? Achso, siehst du niemanden mehr? Hm. Na klar. Wieso habe ich mir das eigentlich nicht gedacht? Dippe, 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 Dippe. Ich muss da rüber. Wie komme ich denn hier durch? Ich glaube, ich muss hier irgendwie nach drüben. Und dann ist da ein Ausgang oder so. Gehne mich zur Zielposition. Gucken wir mal. Hier geht es ja gar nicht durch. Das ist ja doof. 79 ist nicht so viel. Also, Kelly, mein Lieber, da habe ich schon bessere Sachen gesehen. Deswegen lädst du mal lieber nach. So. Geht es hier durch? Geht es da durch oder geht es da nicht durch? Schon unterwegs. Ich habe gerade ruckelig geciten. Ohne ich nicht weiß, warum. Aber auch die ganze Zeit rum, wie will, ne? Wow. Stimmt, hätte ich den dünnen Haken benutzen können. Dann hätte ich mir viel Movement-Punkte gespart. Ich verkehse ich immer, dass der das kann. Also, das Ruckeln im Stream habe ich auch gerade. Es tut mir leid. Irgendwie, wenn ich auf das Auto da gucke, was rumballert, dann ruckelt es. Das scheint schlecht optimiert zu sein. Achso, ein Zwei. Gut zu wissen. Das war's für dich. Da vorne muss ich jetzt wieder runter irgendwo. Und so im Szenario kann dann auch die Kopfkartigerin kommen. Wenn die Wind davon kriegt, was wir hier machen. Gehen wir erst mal runter. Hopps. Können wir theoretisch sogar wieder hochgehen. Hier in den ganzen Bereich. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich muss bloß hier unten durchlaufen, ne? Ach, sonst habe ich dieses, dieses Ballergeräusch. Oh, shit. Ist meiner links gelaufen. Der hat noch Hosen an. Spritten wir mal hinterher. Ziele ausgeschaltet. 97 Prozent, drei bis vier. Kaum schon. Feind ausgeschaltet. Schon unterwegs. Runter. Dafür brauchen wir ja den Schauschützner doch wieder. Weil der mit der Pistole so gut ist. Bestätigt. Überwachung läuft. 94 Prozent, vier bis fünf. 83 Prozent, vier bis fünf. Da habe ich mir den Damage besser. Bessere Chancen. Und da sie moven muss zwischendurch auch. Och, verdammt. Ich hätte die Schrollfindung auf jeden Fall gebraucht hier. Die Schrollfinden-Heining ist super wichtig. Super wichtig. Super, Entschuldigung. 91 Prozent, fünf bis sieben. Sehr schön. Einer weg. Versuchen wir alle hier wegzuräumen, die wir jetzt können. Uprank hat er gerade bekommen. Der Lieber zum Sergeant. So. Die nächsten wegholzen. 88 Prozent von hier oben ist halt super einfach, die Sachen wegzuknallen. So, jetzt laden wir mal nach. Und dann können wir gleich noch laufen. So, genau. Jetzt können wir hier noch laufen. Rücke zur Zielkoordinaten vor. Sprint. Damit ihr nicht mal aufhören zu ballern da. Nein, ne Fresse. Padatz. Stimmt direkt, er ist wieder einer weniger. Und Eki ist auch falschend geworden. Sehr schön. Guck mal, es sind viele von überall. Das ist irgendwie schwierig. Drei bis vierhundert Prozent. Also. Schlag weg. Feind neutralisiert. 77. 79 Prozent. Den. Sehr schön. Noch ein Backaround. Ziel ausgeschaltet. 79. Fünf bis sieben. Vier von fünf Schüssen macht er das. Das war der fünfte. Muss mich zusammenreißen. Reiß ich mal zusammen. Die Kamera ist hier gerade richtig, ähm, bäh. So, wir gehen erst ein Stück an. Gehe, er mich jetzt. 80 Prozent. Fünf bis sieben. Vier von fünf Schüssen. Abschuss. 74. 74. 72. 71. 71. Ach, sind ja viele, Mensch. Unternehmensgeschossen. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Hm, kann mich nur so höher hochziehen. Ah, 71 Prozent. Nein. Nicht eins zu weit klicken. Verdammt. Die VIP ist sicher, Kommander. Wenn wir die Mannschaft ausbauen können, müssen wir versuchen, die Eskorte in zu bringen. Ah. Ach. Yap. They're already closing in. Ich weiß, ich habe das geschafft. 85%, 5 bis 7, komm schon. Dankeschön. 77%, 5 bis 7. Ich muss ihn noch ein bisschen aufräumen. 77%. Komm schon. Sehr schön. Alle die gegen, jetzt muss er abgeladen werden. Du kannst niemanden tragen, ne? Manchmal müssen wir einfach wieder zurück, ne? Einfach wieder zurück zum Ausgangspunkt, der irgendwie aus irgendeinem Grund ruckelt. Und ich müsste eigentlich die Soldaten am besten noch mitnehmen. Extract the Expedition Leader, wir haben nämlich ein Bonus-Objective. Das bedeutet aber, einer meiner Soldaten kann nicht schießen. Und ich kann mich irren. Hallo Jungs, wie wäre es, wenn ihr nicht so nah rankommt? Die Kleinen kann ich locker wegmachen. 82%, 79%. Versuchungs. Wisse, die Kleinen kriege ich hier raus. Mit der Pistole, ganz gut. 79%. Die 2%, wir werden es hoffentlich nicht mehr machen. Sehr schön. Hier eine weg nochmal. Wer stetigter Abschuss? 76%, 64%. Das hat Weapon-Range eigentlich schon zu kurz. Ich glaube, ich sprinte einfach hier hoch, um eine Entdeckung zu geben. So, 88%. Komm schon. Der ist doch nicht dein fucking Ernst, Mann. 88% Schuss, ey. Wer kriegt den nicht hin? Das ist auf allen Dingen der, der eigentlich den Typing mitnehmen sollte. So, dann laden wir nach. Und nehmen auch den Watch. So, du rennst hier unserem... 1 hinterher. Wir versuchen mal in die Richtung von einem Hochkletterdingen. So, und dann nimmst du den hier mit, bitte. Wir wollen ja keine Leute zurücklassen. Ah, das geht nicht mehr. Okay. Dennoch, einfach laufen. Lauf, 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 lauf. Ihr losst zwei Mal, Piers. Dem Spiels hat immer was zu tun, ne? Immer. Gibt kein entspanntes Spielen. Dass ich jetzt zwei Mal rennen dürfen, wird auch nicht richtig. Ich seh hier niemanden, warum. Na los, zeigt euch! So, auf jeden Fall. Halt. Du hoch. Und hier irgendwo drin. Das Gebäude. Dich müssen wir ja auf jeden Fall hier rausbringen. Du Templer-VIP. So, dich auch auf jeden Fall. Oh, wir kommen nur, greift es da hin. Boah, ist das Kacke. Wir müssen uns aber langsam zurückziehen. Ich kann ja nicht länger stehen bleiben. So, wir wollen uns hier bewegen. 70%. Okay. Ich jetzt nachladen oder weiterlaufen? Ich glaube, ich laufen weiter erst mal noch. Und mit dir glaube ich auch weiter. Verstanden. Bin unterwegs. Wir haben ja noch einen Overwatch. Wo kommt ihr denn her? Ihr seid voll nah dran. Das ist ja gemein. Wenigstens einen hat er mitgenommen. Feind erledigt. Ich finde das viele Gegner. Granaten werden voll häufig tief gegen die. Leider locken Granaten noch mehr von den Dingern an, ey. So. Warmen. 96%. Den auch noch. Hier. So. Hat's. Gebt euch halt Rückendeckung. Nachladen. Also das habe ich nicht mehr mit der Sniper schießen, wenn ich nachlade. Deswegen Overwatch. So. Du gehst schon mal hier in die Richtung. Du rennst jetzt auch endlich mal hier hoch. So. Und da wir da raus müssen, gehst du mit hier hin. Gibst dann so mit dem Sniper Deckung für alle die noch nicht mal nachkommen müssen. Okay. Achso. Gebe freier Schutz. Genau. Jetzt haben wir dich noch. Und du rennst glaube ich auch einfach mit durch. So. Sind wir doch drin. In allem. Da oben kommen ja auch noch welche. Die haben. Die sind rot aus. Da war ja drüben. Der hat eine roter. Dem geht es aber nicht so gut. Ist ja so sauer. Habe ich ihm irgendwas getan. So. Powerwatch. Zack. Einer weg. Wieder. Ziel eliminiert. Noch einer weg. Die Pistole hier. Knack. Hier oben kommt er aber nicht. Die müssen wieder runter springen auf der anderen Seite. Komische Idee. Menace 1.5. Keep pushing towards the evac point. No matter what you do. You're never gonna make it dead. 99% Hebt der noch? Ne. Ich würde gerade sagen. 79%. Halt. So ein Hass mit dem drauf erscheint. Weil wir sonst nicht durch die Tür kommen. Weil der andere an der Tür stehen bleibt. Wenn ich mit dem noch nachladen will. Ähm. Wer nachladen macht. Waffe gelassen. Frage. Muss ich überhaupt nachladen? Ich meine. Ich habe 3 von 4 Schüssen noch. Oder bedeutet mit dem hier mal ein Stück vorrennen? Du kannst schon mal hier rein rennen. In die Evacuation Zone. So als VIP. Dann habe ich das schon mal sicher. Ja. So. Der kann nämlich gerade noch nicht rein. Aufwand. Aufwand. So. Und du sprintest jetzt wahrscheinlich auch einfach durch. Bestätigt. Es hat ja niemand mehr da laufen sollen. Viele von uns einfach halt einsammeln und zurück sprinten. Dahinten ist mir jetzt vollkommen egal inzwischen. Ich glaube nicht, dass ich noch bis zu mir aufräumen kann. Ups. Raustappen sind eine dumme Idee. Raustappen sind eine dumme Idee. So. Sehr schön. Wir sprinten. Wir sprinten. Der geht noch nicht da rein. Das könnte daran liegen, dass die anderen da am Weg stehen. Würde ich mal behaupten. Nope. Er kommt wirklich nicht bis hin. Na gut. Dann evacuen wir was geht. Dann wird die Mission ab. Dann wird hier ge-evect. Und hoch. So. Jetzt haben wir auch den... Der Escort am Rauch. Wenn wir ihn gepatcht haben, er sollte bereit sein, um den Weg zu sein. Jetzt müssen wir nur noch unter den letzten XCOM Soldaten rausholen. Dann haben wir das. Wir werden aber auch... Wut. So. Heiter. Tot, tot, tot. Die machen Gruppenkurschen. Die machen ganz schön viel Gruppenkurschen. Lass das mal. Ich glaube, er will das nicht. Ich bin weg. So. Kein Risiko mehr. Einfach raus. Tschüss. Alles fertig. Kommander. Geschafft. Flawless. Irgendwie funktioniert das hier nicht mehr so richtig. Hier. For the glory of Earth. Take photo. Resource is zero plus zero plus zero picked from crates. Was ist das denn? Der Text ist immer richtig dumm diesmal. Egal. Adventofficiales revealed todays maneuver by local peacekeepers was a planned exercise. Citizens should not be alarmed. Not be alarmed. Wounds were simulated to better train Advent forces. To better train Advent forces. Promotion. Dare die. Take a shot with a small impotent for a significant damage boost. Fire your pistol at a target. This attack does not cost an action. Lightning hands. Kannst du die Pistole abschießen? Und Snipern in Zweifel? Kaumball intelligence giftet. Uuuuh. Ability Pulse geht. Dead Eye. Lightning hands. Ich glaube, ich habe immer Dead Eye genommen. Lightning hands ist auch ganz geil. Kannst du nicht auch zwei bei Sprinten nachdem du geschossen hast. Medical Protocol auf jeden Fall. Ich brauche meine Medics. So. Blast Padding oder Shredder. Ich glaube ich brauche das Shredder relativ bald. Meiner Meinung nach. Und dann nehme ich die. 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 Dicken. Die AP. We are stronger by far when working together. Your skill is unquestionable Commander. Jawohl. Unquestionable. So. New staff opportunities available. You will tackle your decrease construction time begin excavation. Waiting orders in the armory. Okay. Ähm. Resistance Ring. Increased duration of covered operations. Ich glaube ich muss halt hier noch den Quatsch. Sowas hier machen. Ohja. Und froh sein wenn das funktioniert. Intucible. Kann sich mit dem. Mit dem. Weiß nicht wie die Fraktion heißt. Anfreunden. Oh. Das Bild ist so nice man. Das Bild ist so nice man. Sehr gut. So. Supply Drop away. Ja. Ich weiß. Muss ich jetzt noch mal Supply. Erstmal Supply Drop.